Heute setzen wir noch einen drauf, denn heute wird es magisch. Oh, es klingelt schon wieder. Wen haben wir am Telefon? Hallo, Pronto! Wir haben Tüchchen, wir haben den Ball und du musst entscheiden, unter welchem Tüchchen ist der Ball. Leon und Saskia, ihr habt heute die Chance Geld zu gewinnen. Darf ich jetzt? Ja. Halt deinen Finger genau dort fest. Leider. Hallo. Leider. 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 Leider.